so dann stelle ich euch jetzt die letzte aufgabe vor und das sind sammle drei legendären gegenstände im verlauf eines matches auf also da muss ich sagen gruppenkeile gruppenkeile und gucken nach vorräten vorratslieferungen also ich glaube einfacher wird es kaum gehen als in gruppenkeile würde ich jetzt einfach so behaupten weil da liegen auch die legendären waffen am ende einfach rum die loot drops nicht benutzt werden einfach aufheben und dann ist die sache eigentlich schon gegessen aber wir werden gucken ob wir es kriegen oder nicht ich denke mal schon so wie gesagt ladebildschirm habt ihr ein bisschen zeit zu liken abonnieren und zu kommentieren wenn ihr noch kein abonnent seid und ich konnte euch trotzdem irgendwie weiter helfen wäre doch nett wenn ihr mir auch ein abo da lässt wie gesagt ich werde alle aufgaben immer hochladen und hatte die welt auch bisschen ein büschchen spielen würde ich sagen so machen wir jetzt mal hier die kameraden das ist dumm bei dir läuft wenn er das macht sieht es natürlich komisch aus so brennpunkt haben wir Longley Loach vielleicht kriegen wir da auch die Gegner weg weil da müssen wir ja auch noch einen kill machen ich denke mal von denen werden auch viele rüberfliegen weil sie nämlich da auch den kill machen können in dem brennpunkt deshalb fliege ich erstmal zu Longley gut Plassenpark werden natürlich auch viele ja gut die zone ist auch direkt da das ist schon mal gut dann sind die vorratslieferungen auch bei uns in der nähe also ich denke mal dass viele gegner zu Longley runter sind ja hör mal auf zu ruckeln da sieht man ja unsere fliegen im Schutter runter zumindest mal ein paar ich mein klar die aufgaben haben ja alle so die haben natürlich den vorteil ja da läuft schon einer rum die Gegner natürlich den vorteil dass sie vor uns da waren aber in Anführungszeichen brauche ich nur eine Waffe natürlich am besten eine Schrot und wenn es geht kein Gelegen und wenn es geht kein Gelegen der erste Erfolg für heute und da ich ja in dem Video was ich für euch gemacht habe leider nur ein kill gemacht habe äh zwei kills den dritten habe ich ja leider verkeilt so ne raus will ich nicht fliegen BAM 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 so jetzt wollen wir halt auf die vorratslieferung hoffen weil ein Automat wird es hier glaube ich schon nicht mehr finden außer doch ich glaube da unten war doch mal einer oder da 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 hier nicht nein nicht bitte nein natürlich schafft das nicht mehr ach ne hier unter der Brücke habe ich auch gemeint zack zack ich meine da war immer mal einer zack uh die vorratslieferung ist bei mir zack zack das bedeutet doch dass wir gleich direkt hier Besuch kriegen wegen den Aufgaben von den Vorratslieferungen ich will eigentlich auch nicht runter schießen aber komm das Problem nämlich ist wenn wir schießen höre ich nichts weil die Schüsse nämlich so laut sind weil die Schüsse nämlich so laut sind ja das war mir nämlich klar so da haben wir nämlich schon den ersten Gegenstand aufgehoben das ist schon der zweite das schmeckt so bin ich mir nur nicht sicher ob die im Inventar bleiben müssen oder ja dann nehme ich die noch mit oh vier stück direkt gucken ob da was drin ist ja jetzt muss ich kurz am Schicht hier nicht selber gehen natürlich muss ich ja irgendein Schlicht hat er bekommen ich habe aber nicht getroffen das ist natürlich jetzt gewesen so jetzt mal einen Lechi finden das ist schon die nächste Vorratslieferung ach ich habe meinen MP liegen oder so ja du kannst sie gerne öffnen ich will nicht die legendäre Sache haben ja ja darfst du öffnen so zack haben wir nämlich die Aufgabe auch schon wie gesagt dreimal Vorräte wie ich hatte eben ein bisschen mehr Glück und hatte da Dings drin direkt zwei also wie gesagt auch die Aufgabe ist machbar aber halt auch in Anführungszeichen nur durch Gruppenkeile ansonsten ist das echt eine schwierige Aufgabe so nicht so nicht so einfach nicht bewegen so einfach nicht bewegen so einfach nicht bewegen man kennt ihn So, jetzt noch gerade die Runde gemütlich zu Ende spielen, wie gesagt, wenn ich euch damit schon helfen konnte, dann habe ich schon alles richtig gemacht. Jetzt wollte ich dem Krad noch hier das Ding mitgeben, aber dann hat er Pech. Ich habe keine Hilfe, nein. Ich weiß nicht, den Roboter, spielt ihr noch den Roboter? Also ich mag den überhaupt nicht. Ich war froh, als die Aufgaben damit fertig waren. Ja, nein. Vorher, das brauche ich noch von der Nymphstierade. Ja, staubbar. Ein Gegner, schon ist es am Leggen. So, jetzt war heute ein bisschen Spielüberfluss bei Quotein. So. Wo ist der denn, ey, so rumballert? So, jetzt hätte ich gern ein bisschen Leben, also das müssten sie eigentlich wirklich machen, dass wir, wenn man einen Killen hat, hier auch Leben bekommen. Gerade in Gruppenkeile. Das meine ich, ein Hit, down. Das ist echt ein bisschen... Also ich fand die Zeit echt nicht verkehrt, wurde echt für jeden Kill was bekommen aus seinem Leben. Ja, hol's dir. Das sind auch noch zwei. Das meine ich krieg das nicht hin, vom Bauen direkt wieder in die Waffen, ey. Ich hasse es, ey. Das war einfach alles auf einmal gedrückt und nichts Wichtiges. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja. Ja, au. Kommt rein. Tag der offenen Tür. Lasst's euch schmecken. drei stunden am gleiten ich liebe es ja ja ich bin gut so nicht mein Freund ja kommt zu zweit kommt doch alleine ja 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 hier ein bisschen snipen kann. Jetzt ist er stark entdeckt. Feindlings-Taktik. Das wäre mir wohl ganz knapp. Ganz knapp werden wir das verlieren. So wie gesagt, ich hoffe ich konnte euch helfen. Lasst mir gerne ein Abo da. In dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß noch. Haut rein.